Okay, 42 Club-Kommunen gilt es zu... Ja, ja, zu finden. Oh, Blake. Achso, ja. Ey, danke. Bitte. Ja, ja, wenn wir Zeit haben. Wir müssen schließlich erstmal Kommandenten finden. Oh, gibt's hier nicht. Schnellreisen? Warum ist hier ein Fragezeichen? Oh. Okay. Gut. Komm mit, wenn du sterben willst. Da drüben, schnapp sie. Das ist aus. Jetzt habe ich mir wieder Dinge auch im Kopf. Ich bin getroffen. Bitte, lasst mich sterben. Die kennt ihr nicht. Wie schmeckt ihr das? Ich bin getroffen. Ah, Systemausfall. Bitte, lasst mich sterben. Wenn du sterben willst. Ich bin getroffen. Systemausfall. Die Strom ist aber trotzdem besser gewesen, ne? Ähm. Ja gut, die macht halt auch mehr Schaden, ne? Ah. Ah. Wir bleiben erstmal weiter her wieder. Können wir die Säure eigentlich gleich wieder weghauen. Säure ist ganz cool, aber aktuell finde ich also Schock, Schock ist immer noch der beste Allrounder so. Feuer geht zum Beispiel auch nicht gegen alles. Weil die ganzen Claptraps zum Beispiel sind ja so Blechgedöns. Ähm. Hey. Okay. 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 Was the heck? 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 Okay. Irgendwo liegen die Teile hier noch rum? Oh. Uwe Waffenkiste. Hm. Vier Komponenten liegen hier irgendwo noch rum. Angeblich das... Nee. Nee, nee. Nee, nee. Da eins. Noch eins. Da. Okay. Eins noch. Waffe, Waffe, Waffe. Waffe. Shitty. Waffe. 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 Irgendeins haben wir übersehen. Ja, das ist ein Lautsprecher. Waffe. 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 Ah. Okay, abgeben. Auf zu Tennis. Waffe. Waffe. Viva la Revolution. S-s-s-s-s-s... Was? okay wir haben ja ein bisschen was wir eingesammelt wir haben die pumpe und die rückstoß verhängerung ist natürlich deutlich besser oder minus ja warte mal Hm. Ey, ist halt besser Zielgenauigkeit. Aber ansonsten ist es eigentlich schlechter. Naja, die kann man verkaufen. Ansonsten nochmal nix weiter. Granatenmod. Kann man auch kaufen. Jemand muss die Oberhand gewinnen und der solltest du sein. So. Moni, moni, moni. Auf zu Tennis. Die Lim. Hallo, mein lieber Freund. Hallo. Grüßtenteils. Was soll ich mir gerade klappen? Ich komme mal hin, der Tennis. Okay. Entschuldige. Ja. Wo geht's denn hier hin? Warum sollte man da hingehen? Ja, das stelle ich mir auch gerade die Frage. Äh, okay. 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 500. Pah. Das ist eine Pumpe. Die ist aber schlechter. Okay. Ähm. Die Pumpe ist auf jeden Fall schlechter. Und dann haben wir hier... Halt, warte. Die Sniper. Die heben wir mal auf. Das ist eine normale. Und wir haben hier irgendwo... Und wir haben hier irgendwo... Die normale, ne? Ja. Die kommen wir mal weg. Die sind hier. 440. 401. Ja, die können. Nu ja, die hier. 98 Zielgenauigkeit. Level 31, die ist 37. Ja, pfff, ja, pfff, ja. Fearsom, Fearsom, das ist eine Leakridge. Aber die hat natürlich auch bloß 0,5 Feuerware, die könnten wir weg. Okay. Ähm, die und die neue mal vergleichen. Ach, Schaden insgesamt macht sie mehr. Die Frage ist halt, ob das mit dem Blitz... Wir nehmen sie mal, einfach mal testen. Test, die, test, die, test, test. Hyperion Dump. Klappkomponenten. Klappkomponenten. Nachladen geht auch recht schnell. Was ist da jetzt? Oh, geht's nicht hin. Klappkomponenten. Okay. Gebt nur einen mal im Kreis. Wieder Kleppkomponenten. Mei, oh mei. Und jetzt? Kommt keiner. Muss ich da vielleicht einmal ins Menü, um die wieder zu trickern? Können wir mal probieren. Ja, das machen wir mal. Kurz zum Menü. Ja, dann reloadet's die Map und dann habe ich Glück, dass wir die Teile jetzt auf jeden Fall bekommen. Warum stehen wir jetzt hier? Ja, Spielverlauf 1 bitte. Weiter. Genau. Trotzdem stehen wir hier, alles klar. Ja, dann müssen wir halt da hochlatschen wieder. Moin. Wirkt mein Zahnfleisch dick mit diesen Zähnen? Ja. Das ist richtig dickes Zahnfleisch. So fleischiges Zahnfleisch, so. Oh genau, jetzt sind die da wieder neu gespawnt. Okay. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal.